Und damit herzlich willkommen zurück zu Grim Dawn hier bei Explore IP und endlich sind wir in der letzten neuen Erweiterung von Grim Dawn vor Gott und Gott angekommen. Letzte Folge vor gefühlten 50 Folgen waren wir ja schon mal hier damals, wo es gerade ganz frisch rauskam. Wollten mal schauen, aber haben natürlich dann schnell gemerkt, mit Level 58 ist es ja selbst zu zweit. Jetzt haben wir natürlich mehr gegen Level, deswegen werden wir das jetzt auch bespielen. Weiterspielen? Wir müssen die Gegend erkunden. Nie wieder mehr. Gucken, was hier noch passiert. Gucken, was hier noch passiert. Da gibt es noch schon, da waren wir es gerade. Oh, das wird langsam düster. Okay. Kleines Stück dieser Karte hatten wir ja damals schon freigespielen. Ich kann es mal kurz zeigen. Das laden wir jetzt nochmal alles ab, weil wir ja auch respawnen hatten. Oder haben. Da wir damals hier durchgehechtet sind. Das laden wir jetzt schon mal nach Wachstum auf den Apern. Dann nochmal die Opern. Dann erscheint das für ein Apern. Ich bin dann da drin. Dann immer du. Dann bist du. Da oben sind noch G-Schnall. Da oben sind noch G-Schnall. Da oben sind noch G-Schnall, da oben sind noch G-Schnall. Da oben sind noch G-Schnall, da oben sind noch G-Schnall. Da oben sind noch G-Schnall. Da oben sind noch G-Schnall. Da oben sind noch G-Schnall, da oben sind noch G-Schnall. 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 Dann gehen wir mal runter. Na, habt ihr hier was versteckt? Ne, haben sie nicht. Oh Gott. Oh Gott. Ich weiß nicht, was wir hier haben. Was haben wir denn hier? Osias Tempel. Guck mal rein. Tempel von Osia. Guck mal rein. 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 Das war's. Boop-Boop! Boop-Boop! Boop! Um.. Wieso sind wir jetzt wieder hier? Boah, zum Tempel können wir kommen. Ja, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Jetzt habe ich erst gesagt gar nicht auf den Hauble geachtet. Ich bin immer wieder so durch, jetzt bin ich. Ich bin immer wieder auf den Hauble geachtet. Ich bin immer wieder auf den Hauble geachtet. Danke, Martin. Ich bin immer wieder auf den Hauble geachtet. Okay. Gut. 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 Gut geht. Gut. 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 Gut geht. på Böse auch. Böser Aua Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Oder recht wenig. Weiter. Das war's. 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 Ich habe gedacht, meine Maus ist schwer, aber hier? Das macht jetzt keinen Spaß gerade. Ein Versuch noch, dann hören wir auch für heute die 15. Folge, die ich am Stück aufnehme, langsam lässt auch meine Konzentration nach. Ein bisschen, da müssen wir noch Waffen. Wie viel Feuerrisi haben wir denn? Wir haben 24%, oh ja. Dann ist es normal, dass wir hier so Power kriegen. Nur noch zwei, weil selbst die können uns egal was machen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich habe mir keine Entschuldigung. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, da waren wir fleißig. Hier ist doch nichts. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Was für ein Gewusel Alter, bitte Was für ein Gewusel Wir sind schon bei 27 Minuten in der Aufnahme Nein Jesus Was für ein Gewusel Ich teleportier mich wieder an die Das ist ein Gewusel Das ist ein Gewusel Das ist ein Gewusel Da drüben war ein Nest Äh ne Okay Dann machen wir jetzt ein Portal Ja Ja dann würde ich sagen Vielen Dank fürs Zuschauen Wünsche dir da draußen noch einen schönen Tag Schönen Abend Je nachdem wie du die Folge siehst Und sage Tschüss Bis demnächst Bis zum nächsten Mal Ciao 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 Ciao